Glück machen, jetzt kann ich mal ein Bett zusammenwursteln. Da, ich hab ein Bett. Komm mal lieber hoch. Ah, zu spinn, Nico. Ist egal, ich hab ne Crappling-Hook. Was arbeitest du denn du? Ah, werdet ihr schon sehen. Ah, so. Nein, nein. Wo mach ich denn jetzt das Bett hin? Wir müssen unbedingt mal bald mehr Platz kriegen hier. Ah, jetzt ist das Herz idiotisch. Oh, fuck. Geschafft. Warte. Irgendwie hier ein Bett hinkriegen. Ja! Ja, ich bin irgendwie grad da. Da müssen wir irgendwie jetzt ein Bett hinkriegen. Bau doch das Haus einfach mal größer. Ja, jetzt aber. Jetzt müssen wir ja bis zur Nacht schon das Bett haben. Oder so. Geht nicht. Ja, 2.0. Oh yeah. Weißt du was? Double kill. Wieso muss es genau in der Nacht sein jetzt? Wieso muss es genau in der Nacht sein jetzt? Weil, nur in der Nacht kann der Boss beschwört werden. Können wir noch in der Nacht warten? Ach, wir kämpfen jetzt gegen den Boss? Ja, nee. Können wir dich noch gegen den Nacht warten? Äh, okay. Dann bin ich auch da. Ja. Wird sowas vorabrecken, ne? Ja, bau das Ding da außen. Haha. Direkt neben so einem Baum. Perfekt. Ich glaube, ja, ich baue erstmal das Haus ein bisschen größer. Bzw. besser. Boah, die gelben Slides sind irgendwie auch drin. Nico, komm mal zum Spawn, bitte. Ich könnte Hilfe gebrochen. Wie? Komm mal zum Spawn, ich könnte Hilfe gebrochen. Alter, ich versuch's. Okay, geschafft. Soll ich schon, dass du jetzt oben spawst, ne? Ah nein, mein Spawnpoint ist doch. Ja, ich will jetzt aber nicht die 500 Meter laufen. Das ist doch wenig. Aber lass mal. Ja, du hast ja ein Schabdingster an. Holz, 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 Holz. Boge! Oh Gott, was machst du da? Ne, ich will schon von Weitem. Hölle. Könnte Hilfe gebrochen dabei. Okay. Ne, das geht schneller zu zweit. Ja, und das mit Kupfer-Ding, ne? Na, das was? Das mit Kupfer. Wie mit Kupfer. Ja, Kupfer hab ich noch. Wie hast du Kupfer noch? Ich hab noch Wunden. Ja. Achso. Later. Ich hab echt Probleme. Es geht schneller zu zweit. Soja. Soll ich auch noch helfen? Nein, du brauchst das Haus. Bist du Architekt. Aber ich glaub, ich weiß schon, was ihr baut. Und was? Ist ja doof, wenn ich das jetzt schon sage. Warum nicht? Tunnel? Soll es ein Haus? Ne, ne Brücke. Ne, ne Tunnel. Der Tunnel ist drei, äh, geht drei hoch. Ja, da ist ein Schleim. Wir sind hier reingekommen. Ich glaub, wir müssen hier in der Spannung auf Holz, wenn das jetzt. Wie ist der hier reingekommen? Das reimt sich, also ne Brücke kanns ja nicht sein, weil da kann man ja nicht reingehen. Ahaha, scheiße. Naja, jetzt habt ihr euch verraten. Ich hab jetzt nur genug Holz. Dann pass wir in Ruhe. Mich um den. Boah. Voll gefailed. Irgendwo Clay herkriegen. Hast mir n rotes scheiß Auge. Äh, bist du einer, der gut bauen kann, ne? Bist du einer, der gut bauen kann, was das denn ist? Finde ich mir verarsche. Muss einfach nur hinlaufen. Huh. Das war knapp. Äh. Äh. So. Wo ist die Kupfer? Huh. Nein, der war Kupfer. Aber eigentlich bringt's das ja voll nicht, was wir hier gerade machen, weil wir haben ja ein Bett. Ja. Oh, vielleicht wenn... Boah, das ist ein Diamant. WAAAH! Warum tun wir das nur? Ich fand das aber cool. Das war irgendwie cool, oder? Nur weil wir da einmal darüber geredet haben. Weißt du, Daniel? Ja. Ja, Nico. Meiner! Meiner! Hallo? Ich hab mehr als du. Gibt weniger als du. Ja, äh. Es ist wieder weniger. WUH! Ich hab da jetzt gefunden. Mein Miningham ist sicher. Oh, yeah. Guck! Deswegen. Ha? Ha? Eingeholt. Mein Miningham ist sicher. Nein! Verdammt. Boah, da rechts ist auch noch Gold. Alter, was ist los? Alter, ist noch ordentlich Gold. Ist aber noch voll die Fundgrube. Ja, ich zieh euch! Nein! Verdammt! Ja! Und das Haus ist immer noch nicht vergrößert, ey. Ja, aber ich bin grad dabei erstmal... Clay zu suchen, weil ich möchte gerne aus Lehm haben. Ey, gewonnen! Ja, ist gut! Was ist das für ein Scheiß, Mann, mit dem Sterben? Geh auf! Warte! Wir geh nicht auf! Wir geh nicht auf! Jetzt! Ey, ist doch schon wieder zu! Nö, ist offen. Ne, bei mir ist die zu. Huchu! Ups! Jetzt ist sie zu. Du hast die Tür verpackt, aber massiv, ey. Jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie zu. Hier ist noch ein Redkramat. Können wir da alle drinne schlafen? Ja, ja. Ja, also Gruppenpennen, weißt du? So, mal gucken, wie viel Gold ich dafür kriege. Oh, drei Gold! Okay, ich hab mein... Mein Miningham ist sicher. Wuhu! Hey klar, Nico! Wo sind meine Goldkorns rein? Mann, wie viel brauche ich denn für, für... Wo ist denn der Guide? Der kann das doch, ne? Wuhu! Yeah, guck mich an, Alter! Geh da, ne? Was war das denn jetzt? Das ist ein Helm. Das ist ein Helm. Kannst du von mir haben. Boah, da braucht man ja übelst viel. Wo ist denn der Helm gelandet? Weiß ich nicht, irgendwo dann im Mittag. Da. Leuchte! Ja, du hast nen Mininghelm, Mann. Der kostet wie viel? Ja, ich... Acht Gold. Ich hab grad... Ich hab grad Diamantenfundgrube gefunden, deswegen hab ich grad so schnell das Geld zusammengekriegt. Waren so, äh... An die elf Diamanten waren das. Oha. Ja, weißt du, da kriegt... Da kriegt man vier Gold für und die restlichen vier hab ich noch, äh... gespart gehabt. Äh... Ich bin da oben ans Clay ran. Ah, scheiße! Fickst du, du findest jetzt auch die Manden, oder was? Ah, warte, Nico, den Block hab ich grad gebraucht! Fick dich, Nico, ehrlich, fick dich. Wo habt ihr denn das immer reingetan, eure kompletten Stoffe? Gold... Gold Coins, oder was? Ja. Äh... Und... auf der Workbench ist so ne kleine... so ein kleines pinkes Viech, das ist die Piggybank, so ne... äh... so ne... Die ist auch für jeden Einzelnen, oder was? Ja, die ist für jeden Einzelnen, die siehst du nicht. Also, bei dir ist ja nichts drin... Bei mir hab ich dir grad ein Gold noch drin, weil ich hab's noch... ich hab das noch rüber gehabt. Ach, das sollte... Da sollte man also ab und zu alles lagern. Eigentlich. Piggybank. Ja, ich mach da auch immer... immer wie... immer wie ich da zuhause bin... mach ich's immer da rein. Oh, Nico, das ist ein Grappling-Hook, das will ich verkacke! Da hat er auch einen. Ich hab leider keinen Rücken mehr. Ja! Was hat Nico? Der hat ein Grappling-Hook, also das Ding... Das Ding, das, wo du dich so komisch... wo du dich hinziehen kannst. Ja, sowas will ich auch. Ja, und deswegen... Äh... Ja, ich weiß! Und, äh... deswegen kann er an der Decke bauen und ich muss mich noch hochbauen. Haha! Haha! Warte! Bleib stehen! Bleib stehen! Dafür hab ich einen Mining-Helm! Haha! Acke! Achso, okay! Wir brauchen noch viel, viel mehr! Wir müssen immer noch mehr haben! Warte mal, ich will jetzt das Kupfer haben! Auch wenn's nur Kupfer ist, ich weiß! Aber... Ich will jetzt endlich mal die Rüstung haben! Ja, eine Kupferrüstung! Und... Ja, erstmal... Uuuuuhhhh! 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 Wie die... Oh! 2.100 Schaden! Haha! Jaaa... Da... Da fehlt immer noch Wasser! Hast du im Bett geschlafen, Daniel? Ja! Okay! Oh! Oh! Na Klee, dann komm! Klee, 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 Klee! Ich hab Klee-Blöcke 33! Haha! Toll! Das ist doch nicht viel! Ach, da bist du verreckt! Ich hab dann Silber! Fick dich! Aber da hat übrigens kein Wasser gefehlt! Aber ist egal! AIN! Boah! Autsch! Boah! Ich wollte rechts in die Spalte rein, weil da gab's ganz, ganz, ganz viel Klee! Boah! Da war grad richtig knapp! Da war grad richtig knapp! Ich hab noch... Alter! Ich hab noch ganz viel Gold! Silber hab ich noch ganz viel! So, jetzt ist die Hunde rechts, du bist gleich sofort! Komm! Überlebe! Überlebe! Nein! Scheiße! Überlebe ich nicht! Ah! Fuck! Das ist so viel Kupfer! Äh! So viel, ähm... Lehm! Muss ich auf dir irgendwann noch suchen! Ja cool! Wie viel Hasen sind hier draußen?! Töte sie doch nicht! Ich habe sie diesmal nicht getötet! Wer kommt da einen Kuchen und klaut sie? Hehehehe! Sonst wär ich gekommen! Ja, sonst wär ich! Es ist ein bisschen erbärmlicher von Nico getötet zu werden! Als erbärmlicher? Oh fuck! Mal das Leib! Huh! Das ist ein Stern! Ja komm! Komm! Ja! Noch einen Stern! Sauber! Ich kann mir mal anders da machen! Dämliche Slime! Oh nein! Ich erinnere dieses Geräusch wollte ich nie! Welches? Aber cool! Der Wurm ist gerade über diese Falle! Ein kleiner! Wie ich denn hier jetzt gelandet? Oh ne Kiste! Clostix! Super! Habe ich mir schon immer gewünscht! Und ein paar Fackel! Ja! Der Stern hat 910 damage dem Hasen gemacht! Ja! Wenn du auf irgendwas auftriffst dann macht das übel zu Schaden! Ist klar! Ehrlich! Ich brauche ein besseres Schwert! Was steht eigentlich vor unserer eigenen Haustür irgendwie draußen? Kuchen? Ja was? Was steht da eigentlich vor unserer eigenen Haustür draußen? Achso! Das ist ein Sägetisch! Damit kannst du Möbel herstellen! Meine Güte! Haben wir drinnen keinen Platz mehr gehabt? Ne! Komplett nicht mehr! Nico ist im Mining Ground! Jo! Ich habe von Kuchen ein bisschen was eingesammelt! Oh fuck! Ich hätte hochgehen sollen! Wie kommt man eigentlich hoch dann? Äh... Wenn wir reconnecten? Oder... Sterben! Oder man hat nachher so einen wunderschönen Spiegel! Wo man sie nach Hause teleportieren kann! Ja dann! Es ist der Hahahaha! Aua! Failed! 2200 damage! Na gut so kommt man auch nach oben! Ich wollte aber eigentlich das nicht! Na Nico hast du nen Worm Besuch! Haha! Ja! Ja! Sag die nicht! Die sind irgendwie verdumm! Komm her! Da war einer! Ich habe 6 Sterne! Ich habe 6 Sterne! Was kann man mit den Sternen nochmal machen? Äh... Wenn du 10 Stück hast, kannst du Manas da machen! Dann kriegst du einen Mana! Das heißt? Ja! Das heißt? Kannst nachher magische Sachen benutzen! Wie... Ja! Was gibt's denn? Gibt's ganz, 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 ganz viele Sachen dafür! Ich finde hier grad keinen Clay! Das ist echt... Da ist was! So jetzt geh ich nochmal auf... Neute Suche! Was?! Brrrr... Frisch! Mit voller Anmut! Jetzt geh ich wieder mein! Batsch! Wieso bin ich da jetzt schon gestorben, Mann? Jo! Ich hab Clay gefunden! Ah! Ich hab noch Nigos Bomben! Aber gut verwenden hierfür! Oh! Au! Au! Wieso stirbt man hier?! Will ich nicht selber gucken! Ah! Ich hab ja fast selber weggebombt! Bombe! Ah! Es hat schon viel Clay hier! Hä?! Wieso stirbt man an der einen Seite den Kuchen? Was so denn? Da wo man auf so einen kleinen Spitz auftrifft? Ja, wie gesagt, wir haben da auf einmal so schief gebohrt! Ich weiß auch nicht wieso! Wir sind auf einmal ein nach links gegangen!